Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Wie kommt es, dass du dich als Franke bereit erklärtst, eine schwäbische Spezialität zu bereiten, sprich die Spätzle? Nachdem dein Ruf sich so weit verbreitet hat, dass das mit Spätzle nicht ganz so das große Thema bei dir ist, habe ich gesagt, okay, mache ich mit. Ich komme nach Hamburg und dann machen wir gemeinsam Spätzle, weil nämlich die Überraschung an der ganzen Geschichte ist, das letzte Mal Spätzle-Schaben habe ich auch etwa so vor 10 Jahren gemacht. Ach was? Ernsthaft? Und genau das ist nämlich die Herausforderung, weil sonst ist es ja langweilig, zu sagen, ich stelle mich zusammen mit dir hin, denn die Tatsache, und das habe ich ja vorhin auch schon erwähnt, Spätzle ist undankbar, denn jeder hat irgendwo, zumindest im Süden, irgendjemanden, der sich mit Spätzle auskennt, es gab schon irgendwas, irgendeiner hat immer gesagt, so sind sie am besten und du kannst eigentlich in Anführungsstichen nur verlieren, aber wir zwei machen heute die besten Spätzle hier in Hamburg. Das ist? Ja, zumindest heute. Gewürze habe ich hier genommen. Das Ganze kann so ein bisschen weihnachtlich herzlich werden. Ich habe ein bisschen Wacholder genommen, immer für Wildgerichte, erinnert so ganz leicht an Gin, oder, ja, Gin kann man sagen. Gin, Gin, Gin wird aus Wacholder gemacht. Koriander, Nelken, Pfefferkörner, Piment, ein bisschen Algewürz, dann für die leicht süßliche Note ein bisschen Kardamom. Wird auch oftmals gemahlen angeboten, kann ich aber nicht empfehlen zu kaufen, denn dieses gemahlene Kardamompulver, es verliert so extrem schnell an Aroma und dann ist das Ganze eh für die Katz, brauchen Sie gar nicht erst reingeben. Dann wird das hier ganz leicht angerüstet, kleine Flamme, damit die ätherischen Öle schon ein bisschen besser rauskommen. Dann dürftest du das einmal, du bist ja so geschickt, das Ganze in den Teebeutel hineingeben, genau. Derweil kümmere ich mich wieder um Fleisch. Darf ich dich mal loben? Na? Ich finde, dieses Anrüsten ist im Grunde der elementare Moment bei diesen Gewürzen. Denn wenn man die pur so nimmt, wie sie sind, zum einen kommen diese Aromen nicht richtig raus, sondern zum anderen verfliegt, ich sage immer so, diese rustikale Note. Es bleibt dieses feine, edle übrig. Und ich meine, dass du ein Fachmann bist, das weiß ich. Schau mal, und jetzt habe ich das für dich da schon. Perfekt. Großartig. Für zwei. Merci. Gemüse hier rein. Das war für mich. Nee, das ist so mein Gulasch. Nein, 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 nein. Die Zwiebel und die Speck und so das für mich, weil ich habe mir gedacht, wenn wir in Spätzleteig machen und es mit dem Schaben vielleicht nicht klappt, dann machen wir noch schnell ein paar Brotnüpfle. Alexander, ich mag dich wirklich von Herzen gerne. Aber ich bin auch neulich bei dir im Laden gekommen. Aber die Sendung heißt Tim Melzer kocht und nicht Alexander Herrmann kocht. Achso. Deshalb wäre ich dir jetzt sehr dankbar, dass ich deine Rezesse einmal habe. Du magst meine Zwiebeln? Ich mag deine Zwiebeln sehr gerne. Magst du da noch den Speck dazu? Ich liebe deinen Speck dazu. So, ganz wichtig ist, dass da eine schöne kleine Würfel geschnitten wird. Oder aber, wenn sie es gleich richtig gemacht hätten, ein bisschen gröber, weil das ist ja eine relativ lang kochende Speck. Aber das Schöne ist, ich dachte, dass du mir die Arbeit einfach ganz natürlich abgenommen hättest. Zwiebeln Speck ebenfalls mit anschwitzen, dass die Süße wirklich aus den Zwiebeln jetzt gleich mit in die Soße übergeht. Dann, einen kleinen Moment, muss ich einmal schnell schauen, wo ich das hier habe. Ein bisschen Mehl. Hab ich hier, schau mal. Da ist Mehl. Achso, perfekt. Das sieht schon besser aus in meiner Küche als ich. Und zwar, und zwar, das Problem habe ich auch immer, wollen wir der Soße ein bisschen Bindung verleihen. Entweder nehmen wir ein bisschen Tomatenmark oder im Gemüse, das sehr schnell zerkocht. Tomatenmark gibt ein bisschen Bindung ab. Oder aber eben eine kleine Prise Mehl, nicht zu viel, ein halber Teelöffel, ein halber Esslöffel, vielleicht ein Ticken mehr. Anschließend das Ganze mit ein bisschen Butter versehen. Das heißt, wir machen hier gerade eine sehr, sehr kurze Mehlschwitze. Dadurch hat die Soße nachher eine richtig schöne Bindung. Wir haben jetzt, normalerweise viele Wildgerichte werden ja oftmals auch mit Alkohol gekocht. Darauf verzichte ich jetzt hier wahrscheinlich komplett. Wer zum Schluss vielleicht mit einem kleinen Schuss Rotwein nochmal abschmecken. Hier habe ich ein originales Melzbier. Das Ganze wird jetzt abgelöscht. Mit ein bisschen Malzbier. So. Vorgeschickt beim Einkochen jetzt. Unten hat sich das Mehl ein bisschen angesetzt. Und jetzt praktisch beim Ablöschen ruhig großzügig über den Boden ein bisschen kratzen, dass der ganze Röstansatz sozusagen mit in die Soße übergeht. Zunächst haben wir jetzt einmal Farbe in der Soße. So ein Wildgericht darf ruhig ein bisschen dunkler sein. Darf aber auch eine kleine feine Süße haben. Deshalb hier das Malzbier. Wenn ich kein Malzbier habe, einfach einen Löffel Zucker mit reinnehmen und das Gemüse, sprich die Zwiebelnspeck, was auch immer ich da reintun möchte, einfach mit karamellisieren. Kurz aufkochen. Jetzt geben wir das angebratene Wildschwein-Ragout dazu. Jetzt das Fleisch hinzugeben, den Gewürzbeutel hinzugeben. Dann hoffe ich, dass ich ein bisschen Brühe habe. Ach, optimalerweise Wildfond. Wenn Sie keinen Wildfond haben, kaufen Sie keinen, sondern nehmen Sie einfach ein bisschen Wasser aus der Leitung. Das ist genauso gut, wenn man es aber ein bisschen aromatischer haben will. So einen schönen Wildfond. Gerade mal so auffüllen, dass das Fleisch leicht bedeckt ist. Und jetzt einmal aufkochen und anschließend bei wirklich mäßiger Hitze, nicht kochen wie Wäsche, sondern einfach bei mäßiger Hitze ganz langsam durchziehen lassen. Kochzeit würde ich hier bei der Schnittgröße, was meinst du, anderthalb Stunden? Ja, bestimmt. Also gute 90 Minuten. Kommt ein bisschen auf die Wildsau drauf an. Wildschwein. Ja, das ist jetzt bayerisch. Warum? Das Wildschwein ist quasi generell die Sau. Okay, okay. Und inwiefern hat das einen Einfluss auf die Gardauer? In dem Moment, also generell ist es ja so, dass dieses Wildschwein hat sehr feste Fasern. Oft haben ja die Leute das Gefühl, dass das Wildschwein eben zäh sein kann. Das ist aber nicht wirklich zäh, sondern das ist von der Struktur her fester. Und genau das ist eben das Problem. Man muss eben nach 90 Minuten mal schauen. Und wenn das eine war, die schon ein bisschen stärkere Fasern hat, dann machen wir halt noch eine Viertelstunde den Ofen zu. Das stelle ich jetzt mal hier rüber. Komm her. Denn hier habe ich eigentlich schon eins vorbereitet. Vom Prinzip her genau das Gleiche gemacht. Gemüse, Speck angeschnitten. Mein Speck war natürlich ein bisschen grüber. Ich wollte kurz sagen, Gemüse schaut besser aus. Nee, es ist einfach ein bisschen grüber, ein bisschen grubschlechtiger geworden. Dann kochen wir das Ganze ein. Und jetzt bin ich mal gespannt drauf. Also generell, was halt hier wirklich schön ist, man sieht das, was du vorhin auch schon gesagt hast, dass die Soße schon schön in mich ist und diesen Glanz auch hat. Das natürlich durch dieses Mehl und durch dieses langsame Schmoren überhaupt entsteht. Wer mag kein Wildschwein? Riecht schön nach wild. Wer mag kein Wildschwein? So, Kollege, probier das. Und weißt du, was toll ist? Warte, warte. Ja, ich warte. Ich hole mir gerade eine unabhängige Meinung rein. Oh, sehr lecker. Aber extrem lecker. Ja, toll. Das ist wirklich gut. Wirklich ganz toll. Ich habe ein bisschen Gedenken, weil du ja auf den Rotwein komplett verzichtet hast. Ja. Ja, und das Malzbier, ja, das kriegt so eine schöne Karamellnote immer. Die passt hier nicht nur hervorragend, sondern ich vermisse den Rotwein nicht. Und ich habe ja auch immer gedacht, dass es eventuell bitter werden könnte, aber wir haben das jetzt mal aus- experimentiert. Auch das allererste Mal. Das haben wir eben gerade erst spontan entschieden, dass wir Malzbäder reinmachen. So, wir tauschen jetzt die Rollen. Ab jetzt bin ich dann Auszubilder, denn jetzt machen wir Spätzle. Aber... Und jetzt machen wir jetzt die Rollen. So, jetzt kommen wir mal wieder zu einem Eindruck, ich habe relativ wenig Schwächen in der Küche. Es gibt also ein, zwei, drei Gerichte, die ich nicht ganz so gut beherrsche, Salzkartoffeln, Pfannkuchen und unter anderem, und ich habe in sechs, sieben Jahren Fernsehkochtätigkeit noch nie Spätzle im Fernsehen zubereitet. Das ist das einzige Produkt, was ich sofort immer gerne fertig aus dem Kühlschrank kaufen würde, aus dem Kühlregal. Ich habe jetzt aber einmal gesagt, ich mache es, aber nicht selber, sondern ich hole mir jemanden. Als Überraschungsgast wurde mir jetzt Alexander in die Hand gestellt und der als Fränke natürlich aus dem natürlichen Umfeld einfach ein Meister seines Faches ist und vor allem Meister der Spätzle. Und du erklärst mir jetzt richtig, wie es geht. Also generell... Und keine halbzeitenden Geschichten. Nein, 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 nein. Jetzt fangen wir erst am Anfang an, wir tun gemeinsam hier diese sechs Eier komplett reinschlagen. Es gibt ja manche, die da sagen, es reicht, wenn man nur die Eigelbe nimmt. Ich persönlich halte das für nicht gut, weil dann schmeckt nämlich die Spätzle ganz schnell so nach Rührei. Also wirklich lieber Vollei nehmen und dann muss man die erste Mal gut zerschlagen, diese Eier. Schneebesen oder Löffel? Nein, das können wir mit dem Löffelschutzer schrauben. Warte, 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 warte. Hast du eine Schale mit drin? Ein bisschen. Du musst drin lassen. Ein bisschen, ein bisschen. Du musst drin lassen. Warum? Ja, weil dann merkst du beim Draufbeißen, hallo, selber gemacht. Ach, guter Tipp. Ja. Das sieht man. Nein, das ist die klassische Ausrede. Ganz ehrlich? Hast du schon mal Spätzle gedrückt, aber auch schon durch die Dressung. Ja, gedrückt, ja, aber ich finde das nicht der richtige Weg. Wenn, muss auch geschabt werden. Und ganz ehrlich, ich muss keine Schale drin lassen, denn jede einzelne Spätzle, die ich selber schabe, sieht aus wie selbst gemacht. Das schwöre ich dir. Das ist so ein bisschen wie, das ist manchmal so eine schöne Diskussion, die ich so mit Eltern habe, wenn die dann so ankommen und dann das Bildchen von den Kindern so zeigen und ganz stolz drauf sind und wo man wirklich Eltern sein muss, um das Bild hübsch zu finden. Kennen Sie das? Ja. Dann, wenn Sie einfach so sagen, da muss man, da muss eine besondere Verbindung haben. Jetzt nehmen wir zur Erfrischungselter oder für die... Nee, nee, das brauchen wir dann nachher, das tun wir noch ein bisschen mit rein. Also Wasser, brauchst einen kleinen Schuss, dass das, ich sag mal, so abstreckst. Ich habe vor allem das Ei etwas gesalzen. Denn wenn du das Ei vorher salzt, entwickelt sich bei dem Eigelb eine etwas brillantere Farbe. Okay. Es gibt eine Reaktion quasi von diesem Natrium in dem Salz mit dem Eigelb. Und jetzt... Durch das Salz wird das Eigelber. Ja. Es gibt da eine etwas stärkere, kräftigere Farbe. Ist kein Schmarrn. Ist wirklich so. Ich glaube das. Wenn du nur Eigelb nimmst, musst du mal probieren. Aber jetzt... Kann man wissen, muss man aber nicht. Doch, doch, das muss man wissen. Okay. Vor allem ist es so, man soll immer schön Mehl hinein sieben, nicht so wie ich rein streuen. Das macht man dann nur, wenn man es richtig kann. Und warum? Nein, weil das habe ich recherchiert. Das habe ich nämlich wirklich recherchiert. Es hieß in allen Rezepten immer, das Mehl wird gesiebt. Verraten Sie mir mal warum. Ich weiß es. Naja, das weiß doch jeder, oder? Das hat sich doch schon umgesprochen. Vielleicht Mehlwürmer? Mehlwürmer? Mehlwürmer. Wäre aber auch gar nicht schlecht. Das ist okay. Gut, wenn Sie mich zum Essen einladen wollen, dann lieber außerhalb. Das wäre mir recht. Nein, ganz simpel. Früher wurde Mehl hergestellt, in dem praktisch zwei Steinwalzen übereinander gerieben worden sind. Und dabei sind immer kleine Steinstückchen ins Mehl mit reingegangen. Und deshalb sieht man das also aus. Heutzutage gibt es das aber gar nicht mehr. Also kann man sich den Akt mit diesem Aussehen komplett sparen. Hat backtechnisch überhaupt keinen Vorteil. Reines, reines Vorurteil. Wie ja so viele Sachen in der Küche, die in der letzten Zeit ja Gott sei Dank revidiert werden. So, schlagen, 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 schlagen. Das Problem ist, das muss man auch wirklich mit der Hand machen. Nein, du kannst also in dem Moment, wo du das ja in eine Maschine reingebst, die Maschine rührt ja nur. Ja, ja. Und durch dieses Rühren wird der Teig eigentlich zäh. Durch dieses Schlagen wird er immer angehoben. Und dann arbeitet man ein bisschen Luft drunter. Und gleichzeitig, ich meine, die Luft hat keine große Bedeutung. Sie hat nur einen Moment, dass du in dem Moment das unterstützt, dass dieser Klebereiweiß sich besser bildet. Und der Klebereiweiß muss ein bisschen aktiviert werden, damit du es nachher besser schaben kannst. Und wenn man es ja hart auf hart nimmt, ist es im Grunde jetzt irgendwo die Vorstufe vom Nudelteig. Ich bin eigentlich aus dem natürlichen Umfeld heraus wirklich der perfekte Spätzle-Macher. Denn Spätzle soll sich angeblich ableiten von dem Wort Spatzen. Und früher hat man die nicht geschabt, sondern hat einfach mit Hilfe von der Hand so Teichklummen in das Wasser reingemacht. Die waren dann relativ grobschlächtig, hatten ungefähr die Größe, sind ein bisschen ausgelaufen und erinnerten in der Form halt an Spatzen. Daher kommt der Name. Das hat jetzt mit den Spätzle hoffentlich nichts zu tun, die jetzt der Herr Herrmann. Also, ich muss ehrlich gestehen, ich finde, die gedrückten Spätzle finde ich zwar nett, aber die Emotion kommt erst übers Scham. Das glaube ich. Muss man ganz klar sagen. Und dafür braucht man ein Spätzle-Brett. Das hat man schon hundertmal gehört, aber genau das ist ganz wichtig. Denn hier unten muss es relativ flach sein. Man legt es ja nachher genau ins Wasser rein und nur so kannst du schön reinschaben. Da gibt es halt verschiedene. Das ist jetzt ein wenig ein kleineres und das ist im Grunde einfach so ein bisschen ein größeres. Aber wichtig ist dann auch dabei, manche machen das mit so einem Teigschaber. Ich nehme dann immer so eine Palette, weil dann kannst du das mehr so aus dem Ellenbogen raus machen. So, aber jetzt kommen wir ja mal dazu. Das ist mal als allererstes mal kurz. Rezept ist was? Rezept ist das Brett. Kann man das ungefähr sagen? Sechs Eier, 300, 400 Gramm Mehl, ein bisschen Wasser. Also von der Menge her, wenn ich mir jetzt überlege, das war fast voll. Ja, so 300, 300, 300, 300, 400. Okay. Also ein bisschen Wasser. Jetzt bin ich gespannt. So, jetzt geben wir da mal ein bisschen was drauf. Vorher einmal eingetaucht. Wir haben quasi das Brett vorbereitet. Das weiß, was auf sich zukommt. So, und jetzt so einen guten Klecks drauf geben und da lieber mal ein bisschen sparsam sein, weil viele gehen her und machen von Anfang an zu viel drauf und dann wird es schwierig beim Schaben. Und jetzt streiche ich mir das erstmal so ein bisschen glatt. Und ganz wichtig, viel Wasser im Topf, weil man muss relativ nah ans Wasser ran. Und deswegen hier jetzt auch diese Palette, weil jetzt gehe ich her und jetzt schnappe ich dann hier so nach und nach einzeln diese schönen Spätzle rein. Und ich finde, das ist eigentlich für heute nicht schlecht. Ja, dann wieder so ein bisschen zusammenziehen. Das waren noch Tätigkeiten in der Leere, verstehst du? Spätzle-Schaben. Ich durfte nur Wurstplatten belegen in der Leere. Aber jetzt schau her. In dem Moment, wo man die ganz kurz einmal im Wasser drin hat, also den tue ich jetzt mal raus. Das ist derjenige, der nicht so toll ist. Aber das ist genau so, sollen Spätzle ausschauen. Und da liegt auch die Kunst drin. Manche machen die so richtig fein. Das finde ich nicht ganz so toll, weil dann beißt die drauf. Ich finde es schön, wenn man die ab und zu so eine kleine Stärke hat, weil dann merkt man nämlich auch dieses wunderbare Spätzle. Dann bin ich mir sicher, dass du meine Spätzle mögen wirst. Normalerweise tut man die ja kurz abschränken, das machen wir jetzt nicht. Warum nicht? Weil wir die jetzt dann gleich anschwenken. Wir wollen die ja essen, oder? Deswegen tue ich die dann einfach so in die Schüssel rein. Ich habe übrigens noch einen schönen Trick für alle, die nicht Spätzle schaben können, aber trotzdem nicht darauf verzichten wollen. Wollen wir nachher noch zwei Brotknüpfle machen zusammen? Ja, ja. Dann brauchen wir nämlich noch ein bisschen Teig. Für wie viele Personen soll jetzt eigentlich unser Wildschweingericht dann nachher sein? 50. Wunderbar, reicht. 50, 60? Ich habe schon 60 Spätzle geschaubt. Du musst ein bisschen näher ins Wasser. Ja, aber dann kann ich ja nicht mehr schauben. Ja, dann pass auf. Wenn du, dann nimmst du hier, ja, du bist zu weit vom Wasser weg. Achso. Also das muss direkt, wenn du das schaubst, ins Wasser fallen, weil dann stockt es. Schau mal, jetzt müsste es ein bisschen besser gehen. Sehr schön. Bitte, meine sehr verehrten Damen und Herren, jetzt schon mal einen kleinen Zwischenapplaus, weil das ist ein Traum. Super. So, und weißt du, was ich jetzt genau finde? Ja, auch wenn sie vielleicht manchen nicht so schön ausschauen, weil mir haben wir auch noch nicht alle gelungen. Nein, nein, nein. Aber das, was wir hier gemacht haben, das sind unsere Spätzle und liebe Oma zu Hause. Wenn Sie das jetzt hier sehen und Sie sagen sich, na, meiner sind schöner, dann glaube ich Ihnen das. Weil Liebe geht durch den Magen und so toll, wie Sie für Ihre Familie kochen, können wir das natürlich nicht. Aber das sind unsere Spätzle, quasi die Alexander-Tim-Spätzle. Und das ist eine ganz spezielle Art, die gibt es nur einmal und zwar heute. Oh, das ist super. Du machst noch ein paar Portionen, ich mache derweil noch einen kleinen Salat und der ist relativ simpel herzustellen. Wir haben einfach ein bisschen Kopfsalat, Feldsalat, wunderbarer Salat, die sich wirklich toll eignen, gerade für Gerichte, die so aus der Wildküche sich bedienen. Da haben wir so ein bisschen was Frisches, Fruchtiges noch dazu gepaart, zusammen gleich mit den Spätzle mit der unglaublich guten Malzbeersoße, die wir da hergestellt haben. Simples Dressing, einfach ein paar Zitronen, ein bisschen Zitronensaft nehmen. Wenn Sie keine Zitronen haben, nehmen Sie Essig, ich bin bloß der Meinung, dass gerade in dieser Kombination der Zitronensaft sehr viel schöner und sehr viel harmonischer passt. Dann ein bisschen Salz. Wann immer man mit Zitrone arbeitet, auch ein bisschen Zucker hinzufügen. Ui, lange Wege für mich heute. Ja, du musst um mich rum, ich verstehe schon. Bis, kleine Prise Zucker, um so die Säure, die Säure wirklich der Zitrone wieder einzufangen. Dann geben wir einfach nur Preiselbeeren aus dem Glas hinzu. Gut, zwei Löffel. Ein bisschen Schnittlauch. Gibt dem Ganzen eine schön würzige, zwiebelige Note. Wenn Sie haben, wäre es schön frischer Meerrettich. Bitte nicht den Meerrettich aus dem Glas, das war eigentlich die Grundidee. Wir haben aber heute nur welchen aus dem Glas gehabt, haben es probiert. Und das ist einfach nicht aufgegangen. Das war ein relativ muffiger, unangenehmer Beigeschmack. Wenn Sie frischen Meerrettich haben, sehr gerne. Dann sind diese herrlich frischen Senföle mit enthalten, die das Ganze wirklich ein bisschen aufpeppen. Stattdessen hier ein bisschen Schnittlauch. Haben wir nur fein runterschneiden, mit dazugeben. Was fehlt jetzt noch für ein Dressing? Ein bisschen Olivenöl. Was fehlt? Kleine febrige Note noch. Ein bisschen frischen Pfeffer. Bisschen Mühle dazu. Das Dressing schön über den Salat verteilen. Wenn es geht, erst am Tisch wirklich miteinander vermengen. Gerade Kopfsalat ist ein extrem empfindlicher Salat. Wenn der mit der Säure von der Zitrone oder überhaupt generell mit Feuchtigkeit versehen wird, neigt er dazu, extrem schnell in sich zusammenzufallen. Und das ist wirklich ein großes, ganz toller, sehr, sehr schmackhafter, sehr frischer Salat mit den Preiselbeeren. Passt natürlich hervorragend, hervorragend zu dem Wildschweingericht. Ich hole einmal, wenn du denn soweit bist, da, das Gulasch haben wir hier. Und jetzt. Boah. Lecker, einfach, geiles Grundprodukt, simple Zubereitung, ein bisschen Geduld auf dem Herd. Wirklich ein schönes Gericht. Was ist das jetzt? Ich habe, ehrlich gesagt, mir gedacht, Spätzleteig ist schön. Halt, die Pfanne brauche ich noch. Entschuldigung. Spätzleteig ist schön, aber ich finde, es gibt eine wesentlich schönere Variante. Oder vielleicht einmal auch etwas, was man sich überlegen kann, wenn du den Spätzleteig nämlich nimmst. Und ich habe hier geröstete Brotwürfel und dann habe ich noch Speckzwiebel rein, das, was ich am Anfang schon mal versucht habe zu schneiden. Ja, ja, ja. Inklusive ein bisschen, wie nennt sich das, Blattpetersilien. Und dann habe ich so Knöpfle, ja. Und jetzt gebe ich das rein, ins Wasser. Und dann lässt man die kurz ziehen. Und wenn wir die dann rausholen und ich habe ja die Pfanne eben vom Speckzwiebeln am Braten noch. Ist das jetzt eine Erfindung von dir oder ist das richtig traditionell? Das ist was Traditionelles. Brobnüpfle sind das. Das heißt, ich könnte das Rezept in meinem nächsten Kochbuch verwenden. Ich wäre, wie soll man sagen, ich wäre von Stolz erfüllt. Ja, wirklich, das ist toll. Das sind Spätzle, die machen Sinn. Das kannst du. Ich bin jetzt sogar mal sehr freck. Und sag mal, du könntest rein theoretisch sogar mal ein Kind an den Herd stellen. Weil mit einem Löffel reinzugehen und das reinzuhalten ins Wasser, das können auch kleinere. Und schon hast du sie in der Küche und schon essen sie was Vernünftiges. Das ist super. Und die gefallen mir wirklich sehr viel besser als die eigentlich angedachten Spätzle. Hallo? Nein, sehr viel besser. Das war ja meine Idee. Das ist deine Idee. Die sind wirklich toll. Das sind aber unsere Spätzle. Oder unsere Spätzle auf jeden Fall. Jetzt das Wildgulasch einfach nur anrichten. Zwei, drei von diesen fantastischen Speck-Kruton-Spätzle dazu. Frucht brauche ich jetzt hier keine Komponente mehr. Wir haben das Malzbeer in der Soße für die Süße. Wir haben ein bisschen Reiselbeer hier im Salatdressing drin. Und so kann wirklich Teamwork in der Küche aussehen. Das finde ich großartig. Fantastisches Wildschwanzeluch. Toller Salat, volle Spätzle. Herr Herrmann, ich danke dir. Ihnen vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Kommen Sie ruhig nach vorne zum Probieren. Lassen Sie sich ein bisschen Zeit. Herr Herrmann wird jetzt noch knapp zweieinhalb, dreieinhalb Stunden brauchen, bis das Spätzle für alle da hat. Gulasch können Sie direkt essen. Ihnen vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Viel Erfolg beim Nachkochen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bitte. Ciao. Dankeschön. Das war mir ein großes Verdienst. Sensation. Schön. Nassi. Danke. 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 Danke.